Astrologie Lektion 4 Willkommen! Als erstes die Auflösung der Aufgabe von Lektion 3. Ich habe euch vier Horoskope gegeben und alle vier sind Tageshoroskope. Warum alle vier? Das erste Horoskop, also die Nummer 1, müsste doch ein Nachthoroskop sein. Nein, nicht unbedingt. Ich habe euch vier Uhr vierundvierzig als Geburtszeit angegeben und die Behörde gibt uns für den Sonnenaufgang vier Uhr sechsundvierzig. Rein rechnerisch würde das ein Nachthoroskop sein. Denn die Sonne ging zwei Minuten nach der Geburtszeit in dem Horizont auf. Aber, ihr seht hier das Bild, was ich euch zeige. Erst kommt das Licht der Sonne und später kommt der Sonnenaufgang. Wir dürfen nicht vergessen, Astrologie entstand, als alles mit dem bloßen Auge wahrgenommen wurde. So wird es hell, bevor die Sonne in den Horizont erscheint. Ich gebe zwei Grad Toleranz, manche Astrologen geben sogar fünf Grad Toleranz, bei dem Sonnenaufgang. Und das gleiche ist auch beim Sonnenuntergang. Auch hier geht die Sonne erst umrunter in den Horizont, aber das Licht ist noch da. Wir sprachen davon in den letzten Lektionen, dass der Kreis erst mal nach den Jahreszeiten aufgeteilt wurde, also in vier Teilen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Erst später wurde er in zwölf Orten geteilt, den heutigen Häusern. Diese Orte bekamen den Namen der Sternbilder, die sich in diesem befanden. Wider, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. In ihrer Suche nach der Entstehung der Welt und des Menschen haben die Denker seiner Zeit mehrere Thesen und Theorien aufgestellt. Die Theorie der Elemente ist entstanden, als die Denker nach dem Hauptelement Suchten aus dem Leben entstanden ist. So glaubte zum Beispiel Thalys, circa 6. Jahrhundert vor Christi, dies war das Wasser. Später kam die Theorie, dass es Erde und Wasser war. Noch später Heraklit meinte, es ist das Feuer. Heute sind wir natürlich viel weiter mit unseren feinen Analysen. Hippokrates, der die Fundamente der heutigen Medizin legte, leitete aus diesen Theorien die Lehre der vier Säfte. Obwohl die Theorie der Elemente in der hellenistischen Zeit entstand, intensiv haben sich die Araber damit befasst, und zwar mit ihrer Stundenastrologie. Auch heute, die Stundenastrologe wenden das an. Hieraus haben sie zum Beispiel die freundliche und feindliche Planeten unterschieden, wie in das erste Buch der Tetrabeblos beschrieben wird. So haben wir Luft, Feuer, Erde und Wasser als Elemente. Das warme Element ist mit Energie verbunden und lässt den Energielevel steigen. Das kalte lässt den Energielevel sinken. Feucht und trocken sind die Färbungen der Materie. Die Erde ist trocken, das Wasser kalt, die Luft feucht und das Feuer warm. So haben sich die Temperamente gebildet. Warm mit Luft ergab warm und feucht. Das erklärt auch die Jahreszeiten als zyklische Prozesse der Natur. Warm und kalt sind aktive Prinzipien. Feucht und trocken sind passive Prinzipien. So haben wir für den Frühling, Luft, warm und feucht, das sanguinische Temperament. Für den Sommer warm und trocken und überwiegend warm, das cholerische Temperament. Für den Herbst, kalt und trocken, Erde, das melancholische Temperament. Und für den Winter, kalt und feucht, Wasser, das phlegmatische Temperament. Der Sonne und dem Mars geben wir das cholerische Temperament, denn diese sind sehr warme und trockene Planeten. Kalt und trocken ist Saturn. So gehört der Saturn zu das melancholische Temperament. Zwischen kalt und feucht ist Mond und Venus. Venus mit überwiegend feucht. Und Jupiter hat die Qualität warm und feucht mit einer Betonung auf warm. Man kann auch sagen, Jupiter sei ein luftiger Planet und entspricht so den jovialen sanguinischen Charakter. So sind alle Luftzeichen, also Zwilling, Waage und Wassermann, warm und feucht. Alle Feuerzeichen, wieder Löwe, Schütze, warm und trocken. Alle Erdzeichen, Stier, Jungfrau und Steinbock, kalt und trocken. Und alle Wasserzeichen, Krebs, Skorpion und Fische, kalt und feucht. Aus den Temperamenten können wir viele Erkenntnisse bekommen, außer der Psychologie und der Konstitution der Person. Wir erkennen, in welcher Zeitspanne befindet sich die Person. Zum Beispiel ist es eine gute Zeit, um Pläne umzusetzen. Welcher Art von Gesundheitsthemen werden diese Person eventuell beschäftigen und noch vieles weitere. Hier haben wir einmal die Temperamenten nach Elemente, Körpersäfte von Hippokrates, die Blutbeschaffenheit nach Aristoteles, die Bezeichnung der Temperamente nach dem Blut und später von Carl Gustav Jung die Aufteilung nach der Psychologie. Wir haben das warme Element als extrovertiert, das kalte Element als introvertiert, trocken sind das Denken und Fühlen und Feucht, das Intuitiv. Die Figuren sind von dem Disney-Film Inside Out. Es ist ein sagenhafter Film, den empfehle ich euch allen. Also haben wir hier den Choleriker, gelbe Galle, der ist reizbar, leicht erregbar und hitzig. Den Melancholiker, schwarze Galle, nimmt alles schwer, findet überall Grund zu Besorgnis, bezieht Unangenehmes immer auf sich. Sanguiniker, das Blut, sorglos, hoffnungsvoll, lebt im Augenblick, denkt nicht an die Zukunft. Phlegmatiker, Schleim, in negativer Hinsicht, hangt zur Untätigkeit, neigend sich nur auf Sättigung und Schlaf zu konzentrieren, in positiver Hinsicht bedächtigt, beständig, verträglich und überlegt. Hippokrates, so um dem 5. Jahrhundert vor Christi, schlug eine Typologie vor. Er verfasste eine Lehre von den inneren Säften im menschlichen Körper. Er sah die gelbe Galle, die schwarze Galle, das Blut und den Schleim als die vier Hauptsäfte. Daraus wurden die vier Temperamente abgeleitet. Sind die Säfte in Einklang, ist der Mensch gesund. In der Astrologie, bei Menschen sprechen wir über Säfte, bei Gegenständen über Elemente. Das treffen wir überwiegend in der Stundenastrologie. Natürlich bei der Entstehung der Astrologie, bis heute, nach so vielen Jahrtausenden, gab es immer Veränderungen. So wie heute, die Astrologen haben eigene Meinungen und begründen diese auch und arbeiten damit. So gab es seinerzeit auch die erste Auffassung, dann kam ein paar hundert Jahre später der nächste, hat eine andere These gesetzt. Und so hat diese Elemente und Qualitätslehre über den Jahren viele Stadien erreicht und auch verlassen. Heute arbeiten die meisten Astrologen mit diesen Werten, aber wie gesagt, das bleibt offen. Wir kommen jetzt auf die Qualität der Planeten. Und diese ist nach Osten und Westen geteilt, je nachdem, wo der Planet sich findet. Ist der Saturn im Osten, dann gällt er kalt und feucht. Ist er im Westen, dann als trocken. Und hier sind die restlichen aufgeführt. Merkur, den kann man eigentlich nirgendwo zuordnen, aber er ist hier zugeordnet in Warm im Osten und Trocken im Westen. Und Osten und Westen spreche ich immer von dem Horoskop, ja, der Ostteil und der Westteil. Dem Mond hat man auch verschiedene Qualitäten gegeben. Und zwar der Mond in der Phase vom Neumond bis zum ersten Viertel ist er warm und feucht. Vom ersten Viertel bis zum Vollmond ist er warm und trocken. Von Vollmond bis zum dritten Viertel ist er kalt und trocken. Und vom dritten Viertel bis zum Neumond ist er kalt und feucht. Hier haben wir die Qualitäten der Jahreszeiten. Der Nordmondknoten ist warm und feucht. Der Südmondknoten ist kalt und trocken. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, warum die Unterscheidung auf ein Tages- oder Nachthoroskop. An dieser Stelle möchte ich euch einen kurzen Aphorismus von Ali Benragel vorlesen. Die Lichter sind zwei, Tageslicht und Nachtlicht. Zwei sind auch die Wohltäter, einer gehört dem Tage, einer der Nacht. Und die Übeltäter sind zwei, des Tages und der Nacht. Und zwischen einem jeden von diesen gibt es einen Vermittler, der sie verbindet. Und damit ist Merkur gemeint. Damit alles ausgewogen ist, muss also ein Tagesplanet ein Wohltäter und einen Widersacher haben und der Nachtplaneten auch. So kommen wir jetzt auf diese Planeten. Die Tages- und Nachtplaneten sind wie folgt aufgeteilt. Tagesplanet ist die Sonne, die ja sehr warm ist und trocken. Jupiter, der warm und feucht ist. Und er ist mehr feucht als warm. Und man hat gedacht, in der Tag, wenn die Sonne scheint, dann würde etwas von der Feuchtigkeit weggenommen werden. Saturn ist am Tag gesetzt worden, denn er ist ja sehr, sehr kalt. Und man dachte und hoffte, dass am Tag die Sonne würde etwas diese Kälte erwärmen und ihm etwas milderer machen. In der Nacht ist der Mond mit seiner Feuchtigkeit. Die Venus, die ja warm und feucht ist und somit wird die Wärme etwas ausgeglichen. Und als Übeltäter der Mars, der ja sehr, sehr warm ist. Und da hat man gehofft, dass die Kühle der Nacht etwas von dieser Wärme und Hitzigkeit wegnimmt. Merkur ist der Unentschiedene. Der ist mal das, der ist mal jenes. Der bekommt immer die Färbung, je nachdem, da wo er steht. Am Tag haben wir als den größten Wohltäter Jupiter, dann kommt Venus, Saturn und Mars. In der Nacht ist die größte Wohltäterin die Venus, dann kommt Jupiter, Mars und Saturn. Denn Saturn in der Nacht, dann wird er ja noch kälter als kalt. Merkur, wenn er hinter der Sonne steht, dann ist das ein Tagesplanet. Wenn er vor der Sonne steht, dann ist das ein Nachtplanet. So könnt ihr jetzt euer Horoskop nehmen und schauen, ist das ein Tageshoroskop oder ein Nachthoroskop. Wenn ihr ein Tageshoroskop habt, dann ist Jupiter und Saturn eure Wohltäter. Das bedeutet, alle fürchten sich von Saturn-Transiten. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn die bringen nur Gutes und Aufbauendes. Er ist milder euch gestimmt. Ihr müsst natürlich euch fürchten von eurer spontanen Aktionen. Und umgekehrt, wenn ihr ein Nachthoroskop habt, dann braucht ihr euch von dem Mars als Übeltäter nicht zu fürchten und von der Venus auch nicht, allerdings von Saturn und Jupiter. All das ist sehr brauchbar einerseits für das Geburtshoroskop. Wie agiert diese Person und wie ist das Geburtsversprechen? Und andererseits nachher bei den Transiten, wenn Aspekte von diesem Planeten empfangen werden, mit den persönlichen Planeten, dann weiß man ungefähr, was so einem blüht. Es gibt Tafeln, mit denen man die Temperamente selber errechnen kann, aber wenn ihr das Programm Planetans startet, dann setzt ihr euren Horoskop hier, dann geht ihr auf Horoskop, Medieval, Temperament Calculation, dann öffnet sich hier das Icon. Hier habt ihr die Auswertung über das Horoskop, welches ihr hier unten sieht. Das muss nicht irgendwo hier sein, das muss auch aktiv sein. Hier werden die Prozente angezeigt von den Temperamenten. Ihr habt hier die Phase des Mondes, die Qualitäten. Ihr könnt hier unter Bounds bestimmen, ob das die ägyptische oder die vom Ptolemae genommen werden. Ihr könnt hier unter Triplicity, ob das die Sekta oder die Triplicity ist. Ihr könnt hier dann eine Auswertung machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Temperamente sehen wollt, beziehungsweise die Temperamente von diesem Horoskop. Dann habt ihr hier Sanguine, Choletic, Melancholic und Phlegmatik. Wie viel Prozent? Ihr könnt dann gehen und sagen, ich möchte die Elements sehen. Dann habt ihr hier Hot, Wet, Cold and Dry. Und ihr könnt noch hier die Säfte euch auch angucken. Hier habt ihr Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und so weiter. Also, man kann das auch schon fertig haben.